Hallo Leute und willkommen zu unserem Let's Play Dayset, hier mit Novakin und mir, Konz 14. Ihr werdet hier jetzt vorerst mal den Bildschirm von Novakin sehen, weil bei mir Dayset in Verbindung mit Trap Slider technische Probleme bereitet. Ihr habt sicher schon mal Dayset gesehen oder gehört davon wenigstens. Das ist eine Modifikation für Arma 2, der Militär-Simulation. Grundsätzlich geht es im Spiel, tja, wir sind gestrandet an einer einsamen Insel mit einem Rucksack Medipack und... Lauter Zombies auf der Insel. Lauter Zombies, genau. Grundsätzlich geht es hier nur ums Überleben. Wir haben hier auf der rechten Seite unten, seht ihr diese vier Symbole grundsätzlich mal. Das sind unsere Lebens-, Blut- und Essensanzeige und ganz oben dann die Temperatur. Die anderen Symbole weiter oben sind dann, wie gut wir gesehen werden und das Ohr steht dann... Und wenn ich hier sehe, bin ich viel sichtbarer und hörbarer. Genau. Und im Gegensatz dazu, wenn ich liege, typisch, ist man natürlich viel unsichtbarer. Zwar nicht komplett unsichtbar, aber sagen wir mal so, die Zombies werden dich nicht ziehen, wenn du dich nicht auf vielleicht fünf Meter oder so zu ihnen näherst. Ja, okay, also wo bist du denn? Ich bin jetzt gerade in Kamenka. Ja, ich bin in der Wildnis vor Tschernarus. Du bist jetzt wirklich direkt in Tschernarus? Vor Tschernarus in der Wildnis. Ich sehe Tschernarus im Horizont. Also ich bin in der Vorstadt gerade. Okay, also du bist wirklich... weißt du genau, wo du bist oder... Ich denke links von Tschernarus. Okay, also von Tschernarus jetzt, oder? Tschernarus ist ja die Stadt. Jaja, Tschernarus. Grundsätzlich gibt es in DZ zwei größere Städte am Ufer und das sind eben Tschernarus Eko. Oh ja, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich denke schon, dass es Tschernarus ist. Okay. Aber ich habe schon in Erinnerung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich renne ein wenig auf die Stadt zu. Okay. Cool, das wäre aber besser, wenn du auch nach links rennst. Also von der Küste aus, ja. Ich sehe am Horizont einen Leuchtturm. Du siehst den Leuchtturm. Oh, da bist du ein bisschen weit weg. Gut, ich werde jetzt einmal zu dir laufen. Das könnte noch ein bisschen dauern, bis ich dich sehe. Okay. Okay. Gut, ähm, wir starten hier ja leider ohne irgendeine Waffe oder sowas. Also wir sind völlig, wie sagt man... Schmerzmittel, Rucksack, Bandage und Taschenlappe. Ja, das ist unsere einzige Ausrüstung. Damit müssen wir jetzt bis jetzt mal aufbauen. Ich renne jetzt in die richtige Richtung. Ja, ich hoffe auch. Weil ich blute schon wieder. Juhu. Wir sehen dir mal, vielleicht sterb ich ja bald. Das wäre ja irgendwie nicht. Gut, äh... Ja, das ist ein toller Anfang. Wir werden jetzt als erstes mal versuchen, dass wir uns finden. Das könnte ja auch schon eine Weile dauern. Und wenn wir uns mal gefunden haben, würde ich sagen, werden wir gleich mal ein bisschen entweder Cerno oder Elektro, je nachdem wo du jetzt genau bist, absuchen. Kannst du mir sagen, bist du... Den Leuchtturm, den du siehst, ist der auf einem Hügel? Äh... Oder auf einer eigenen Insel fast schon. Warte... Was sagt dir? Ich glaub, das ist ein Hügel oder eine Insel. Eine Insel? Ich glaub schon. Okay. Ne, es gibt eben zwei Leuchttürme im Spiel, so gut ich mich noch erinnern kann, und, äh... Sie sind beide in G. verdammt schwer weit weg. Verdammt schwer weit weg, ja. Okay... Es ist ein Halbinsel. Also fast eine Insel und auf einen Hügel. Ne, ich werde mal versuchen, dass ich hier ein bisschen... äh... vorsichtiger... Soll ich weiter nach links rennen? Ja, lauf lieber nach links. Ähm, weil... Ich bin schon fast am Leuchtturm. Okay. Achso, du bist rechts vom Leuchtturm. Ja, genau. Doch, doch. Doch, doch. Okay, dann sind wir... Das könnte dann noch ein bisschen dauern. Ja. Ja. Also für D-Set braucht man das Hauptspiel und die Erweiterung. Genau, die Erweiterung. Also D-Set Combined Operations. Genau, äh... Also Arma 2 Combined Operations. Nicht D-Set. Na, und D-Set braucht man dazu auch noch. Ja, D-Set ist halt einfach nur, ähm, ne Mod. Haben wir das schon gesagt? Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall. D-Set ist ne Mod, falls ihr das bis jetzt noch nicht gewusst habt. Und in der Mod, ähm, könnt ihr... Kann man eben so... Ja, über die... Es geht nur ums Überleben. Ja. Na, man... Es gibt auch keine Mission. Es ist, äh, ein bisschen... Könnte man schon fast sagen... Ein Craft oder so. Also jetzt nicht als Paradebeispiel zu nehmen, aber... Ähm... Du wirst in die Welt geschickt und hast überhaupt kein... Also Minecraft mit besserem Survival-Mode und besserer Rafik. Ja. Ein bisschen besser. Und ohne... Kreativität. Und ohne Blöcke. Ja, ja. Also eigentlich überhaupt nicht. Man kann aber die Spielwelt auch verändern. Also man kann zum Beispiel, ähm... Ein Zelt aufstellen. Ja, ein Zelt aufstellen oder sowas. Was sie letztens schon gehabt haben. Mhm. Tja, letztens, äh, haben wir... Ganze vier Tage im Spiel überlebt. Was, ähm, ziemlich lange ist. Weil normalerweise... Also die Durchschnittsspielzeit, bis man stirbt in Dayset, sind so... 40 Minuten, glaube ich. Und wir hatten da schon mindestens... Einen... Einen ganzen Tag durchgespielt, schätze ich mal. Ja... Das... 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 Hat sich gezockt. Ja. Gut, ähm... Ich bin jetzt gerade an... Kamenka vorbeigelaufen. Und das ist, ähm... Ungefähr... Fünf Kilometer von dir entfernt. Ich hoffe es mal stark, dass wir uns nicht, äh, vorbeilaufen. Ne, das... Wir laufen eh in der Küste entlang, oder? Mhm. Okay, gut. Ja, ich habe übrigens inzwischen schon ein Huntingknife gefunden. Ah. Ich habe inzwischen schon ein Schaf gefunden. Oh, ja. Das trifft sich gut. Also ein Huntingknife braucht man im Spiel, damit man... Schafe abschlachten kann. Ja, natürlich. Also abschlachten nicht, aber... Damit du, ähm... Das Fleisch aus den Schafen gewinnen kannst, so ungefähr. Genau, ausnehmen. Ja, herausnehmen. Und das Fleisch kann man dann kochen, und so weiter, und so fort. Und... Damit man das aber erstmal kochen kann, braucht man wieder Streichhölzer, und... Dann braucht man Holz, und... Das ist ziemlich schwer zu bekommen. Aber dann hat man fast... Unendlich essen. Weil Viecher rennen überall herum, und... Ich glaube, man eigentlich unendlich essen kann. Noch ein Schaf. Noch ein Schaf. Und das haben wir alle schon gehabt. Ja. Ja. Und dann sind wir, äh... Abgeschlechtet worden von irgendeinem anderen Mitspieler. Aber wir haben uns gerecht. Ja. Er ist auch noch gerade gestorben, also... Wir haben uns gegenseitig alle gekillt. He. Ich war mir am Anfang nämlich nicht sicher, ob das nicht doch Novakin ist, der da rumläuft, oder einfach nur irgendein Spielfehler bei mir. Ja. Ja, schlussendlich hat sich dann herausgestellt, dass es wieder noch war, und dann hat er mich einfach geschossen. Ja, wir waren da am Airfield. Bitte. Ja, also wir hatten... Bitte. Wir hatten da schon eine AK-47 und... Und... Ein MP5 SD oder so? Ja, also eine MP5 und... Und... Ja, und... Dann hatten wir noch eine M4 gefunden und alles. Und... Er hat einen Tanzhut. Ja, ich hatte sogar so einen Tanzhut, also so eine Sniper... Wie sagt man da? Ja, so ein Sniper-Gewächs. Ja. Und wir hatten natürlich schon eine Karte im Spiel und... Einen Kompass und eine Uhr und alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Wir hatten sogar kurz mal ein Motorrad. Ha. Das Motorrad, das Arme. Ja. In Memoriam. Dafür haben wir mindestens zwei... Also wir hatten es gefunden, dann haben wir ungefähr zweieinhalb Stunden lang nach... einer Cherrikan gesucht, nach einem Kanister, um das Motorrad zu betanken, weil es fast kein Benzin mehr hatte. Währenddessen haben wir uns, haben wir als Hälfte und, äh, Blut, als Hälfte geopfert. Ja. Wir hatten zum Schluss, glaube ich, nur noch 5.000 und 7.000 Blut. Genau. Und, äh, nach dieser Aktion, äh, mussten wir dann leider auch das Spiel schon beenden. Wir hatten das Motorrad schon getankt, sind fünf Minuten gefahren und ich musste dann leider gehen. Und... Wir hatten das Motorrad dann abgestellt, hatten sogar gesichert und uns den Namen vom Server aufgeschrieben. Und... Das hat alles leider nichts gebracht. Es könnte auch sein, dass es gestohlen worden ist. Wir sind es nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass es gestohlen worden ist, ehrlich gesagt. Ja, aber so sicher war es auch nicht. Das war irgendwo am Ball versteckt. Ja, wir hatten es nicht so versteckt, aber es war jetzt auch nicht sehr auffällig. Ja, plötzlich. Also wir hätten es gar nicht besser verstecken können, weil Benzin... ah nein, Benzin einmal gehabt, oder? Ja, wir hatten... ja, da hatten wir ja schon ein Drittel voll, glaube ich. Immerhin. Ja, das ist eigentlich schon ziemlich viel. Äh... ich glaube, es sind da da... durchgehend von... Tschernoros, Mitte, Tschernoros, Mitte, Tschernoros, Mitte, Tschernoros, Mitte, Tschernoros. Oh, ja, das ist ja sehr spannend für die anderen Spieler. Also ich fute gerade eine riesen Fabrik aus, die ich gerade hier am Vorbayerennen gesehen habe. Ja, dann tu weiter. Ja, bin ich ja. Von dabei. Woher soll ich rennen? Ja, links halt. Links? Ja. Okay, davon ist ein Dorf, dann gehe ich weiter runter. Ich fühle schon die Spannung, die... Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich erschossen am Anfang. Das ist auch schon öfters passiert. Also mir ist das schon öfters passiert. Wow. Also... Früher konnte man in dem Spiel wenigstens auch irgendwelchen Leuten vertrauen, aber... Jetzt ist es wirklich schon so schlimm, dass du eigentlich keinem mehr vertrauen willst. Ich hatte sogar mal einen Typen, der hatte so einen Teamspeak-Server oder sowas, hat im Spiel mit mir geredet, meinte dann, ich sollte noch zu ihm kommen. Wir hatten uns vorher beim Supermarkt zufällig getroffen. Und dann hat der Wixx mich einfach erschossen. In the red house. Ja, ja. Er sagte, come on, get in the red house, I will save you. Und sagte mir so, ja, wieso nicht ich bin? Ich hab fast keine Munition und so. Und hinter mir sind drei Zombies. Und... Ja, der hat mich dann erschossen. Ich war da. Und seitdem vertraue ich eigentlich keinem anderen Spieler mehr. Ich bin mir auf alle misstiert, dass sich das wahrscheinlich so weiterentwickelt hat, dass sich inzwischen niemand mehr vertraut. Aber... Tja. Ja. Solange du mir noch vertraust. Ja. Wir können uns... Das ist der einzige große Vorteil. Wir können uns vertrauen und müssen uns nicht darauf verlassen, dass wir... das denkst du nicht. Also ich komme jetzt zu einer Brücke. Zu einer Brücke? Ich schau mal. Ich habe nämlich auf meinem Laptop auch eine Karte. Weil sonst ist es unmöglich, dass wir uns finden. Okay, ich schätze mal, dass du in Krutoi oder sowas gespawnt bist. Das ist irgendwie der weit entfernteste Platz, wo man spawnen kann von uns zwei. Weil ich bin in... Ich bin ganz links gespawnt und du ganz rechts ungefähr so. Yay. Also es wäre mal cool, wenn du irgendwelche... Wie nennt man das? Obwohl du könntest auch... Wenn du jetzt weiter nach links läufst, dann müsstest du bei Ciano auch... Wenn du dann an eine große Stadt vorbeikommst, dann müsste das Ciano sein. Und das ist dann... Dann bist du gar nicht so weit weg. Nur irgendwie die Hälfte der Strecke. Als du weißt vorher Elektro, wo ich war. Ja, genau. Also rechts von dir ist Elektro und links von dir müsste dann Ciano liegen. Okay. Ah, ja. Wird schlecht gehabt? Ja, wenn man vom Teufel spricht. Ah, okay. Da vorne müsste Ciano sein. Gut. Ciano ist halt ziemlich gefährlich. Weil dort sehr viel Zeug spawnen und das eben eine der größten Städte im Spiel ist. Kann man vorne rein? Nicht oder? Ähm... Ich weiß nicht, ob wir gleich am Anfang wagen sollten, dass wir... ... so ganz allein... ... in Ciano reingehen. Nein, ganz alleine sollten wir es nicht machen. Sollte uns vorher treffen. Ja. Geh einfach die... Oder robbe einfach die... Ähm... Wie sagt man? Den... 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 Den Hafen entlang. Ich sollte... ... auch hinten... ... hinten rumgehen. Ja, da könntest du... Da wäre nämlich das Krankenhaus und so. Jetzt so nebenbei im Alpha. Ich hoffe, es passt. Ich habe gerade nur 20 Fraps. Also, Frames per Second. Ja, das sollte eigentlich reichen. Ich habe auch nicht... Naja, ich habe lauter Glitches in meinem Spiel, also... Okay. Leider hat das Spiel irgendwie manchmal ziemliche Bugs für ihn, man... Er ist noch in der Alpha-Phase. Ja, es ist eben noch in der Alpha-Phase. Und wenn man dann in irgendein Gebiet rennt... Warte mal kurz, ich muss kurz raus aus dem Spiel, weil sonst ziehe ich nichts. Wenn man dann in irgendein Gebiet rennt, dann kann es öfters passieren, dass man gar nichts zieht. Meine Wasserflasche... ... ist schon so langsam... ... naja... ... ein leichter Orangstich. Okay. Ja, ich glaube, wir kommen noch aus, bis wir uns treffen. Ja, ja. Das sind meine Scheine. Gut. Okay, das hat nicht geholfen. Manchmal werden die Texturen vom Spiel auch nicht richtig geladen und dann... ... sieht man einfach nur einen Haufen Polygonen, Pixel irgendwo stehen. Wunderschöne Polygonen. Wunderschöne Polygonen. Ich glaube, ich bin hier gerade beim E-Field. Bist du bei Valota? Ja, ich bin wie gerade ziemlich schnell gesprintet hier. Ah. Aber ich... ... sehe gar nichts. Bort. Und Cerneros und Valota... ... ist das weit? ... nicht mehr so wirklich weit. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe lieber über den Wald drüber. Das wäre auch eine gute Idee. Und wieso ihr euch fragt, wieso ich die Anseite gedruckt trenne? Ich bin schon ziemlich in der Nähe von Zombies und... ... wenn ich stehe, sehe ich die von überall. Ja, und man ist fast genauso... ... man ist eigentlich fast genauso schnell, als würde man aufrecht laufen. Fast. Fast, ja. Okay, da kann man auch nicht rein. ... also ich kann leider nicht zum E-Field hingehen, weil da irgendwie... ... Fehler ist im Spiel. Die sind Grafisch-Klitch? Die Nerven-Klitch? Es gibt einige. Hast du den auch schon? Nein, nein. Gott sei Dank. Aber ich habe jetzt viel besser als einen Zombie. Yay. Mit meinen maximalen... ... Spiel. ... Fähigkeit... ... meine Skills habe ich wieder einmal geschafft. Ja, ich werde jetzt mal versuchen... ... hier... ... ich bin nämlich wirklich schon am E-Field... ... auf der Kü... ... bei der Küste... ... als beim Airstrip. Das heißt, ich bin schon wieder bald... ... eigentlich... ... Interno. Ja, aber ich... ... das klingt auf einiges schneller als erwartet. Den schaffe ich. Du bist bei Inciano. Ja. Ich auch. Also ich sehe zwar nicht wirklich viel... ... weil hier überall... ... Spielfehler sind am Airstrip, aber... ... ich sollte hier noch gut ankommen... ... eigentlich. Okay, das Zombie ist weg. Okay, das Zombie ist weg. Wow, ich bin gerade direkt... ... in mindestens drei Zombie rein. Oh, ja. Da vorne ist eine Scheine. Die schaut ziemlich lukrativ aus. Also bei mir sind immer... ... ein Haufen Zombies... ... und Spielfehler. Okay, ich habe schon wieder... ... ich habe gerade so viel Munition gefunden. Warte mal. Ich habe eine AK Munition... ... eine AK... ... eine Munition für eine AK für die MP5. Ich nehme das mal alles mit. Schon irgendwie eine Ironie, oder? Ja. Und sie ist nehm... Ich habe eine Granate. Oh mein Gott. Eine echte Granate zum Werfen. Ja, eine... ... eine zu werfen. Okay. Die habe ich noch nie gehabt im Spiel. Aha. Bandagen... Ich finde hier unglaublich viel Zeug. Ich habe... ... für die... ... für die M1911 habe ich auch schon... ... ziemlich viel Munition. Ich habe eine Toolbox sogar gefunden. Eine Toolbox? Echt? Ja. Wie geil ist das denn? Ich habe gerade die Granate ausgerüstet... ... weil ich sonst keine andere Waffe habe. Weil jetzt irgendein Zombie sich näher zahnt. Ich spüre jetzt die geballte Kraft von... ... Granaten. Sicher unauffällig. Ja. Ja. Das lag sicher nicht mehr an. Nein. Gut. Ich bin jetzt direkt auf dem Weg nach... ... Thierno. Das könnte noch ein bisschen dauern. Ähm... Ich muss einfach mal diese Scheune looten. Ja. Ja. Warte mal... Ich glaube wir spielen jetzt schon... ... 17 Minuten oder sowas. Ja. Ich würde sagen wir machen... ... wieder... ... also wir machen die erste Folge eben... ... 25 Minuten und... ... dann... ... so 15. ... ist das okay? Ich bin's okay. Okay. Ich hoffe unsere Zuschauer... ... ist auch okay. Ja und wenn nicht dann... ... tut es uns recht leid... ... ihr kennt sich ja in den Kommentaren... ... darüber beschweren. ... so ein bisschen... ... ein Zombie... ... ja... ... dahinter sind gerade auch... ... genau vor der... ... schönen Sachen sind Zombie... ... im Boden... ... aber es ist egal... ... weil... ... wir wissen ja... ... Zorn ist sind... ... dumm... ... vor allem nach dem Scheinen... ... in Schänen sind sie die Gericht... ... dumm... ... okay und der sogar spielt wieder also... ... schön wird sich ACP... ... 4... ... 50 Rounds Slugs... ... Vantage... ... okay... ... jetzt haben wir schon... ... genug Munition... ... ob wir noch... ... ob wir noch... ... überhaupt keine Waffe haben... ... hinter mir sind gerade... ... drei Zombies... ... das Schild... ... bitte... ... ja... ... also... ... hübsches Bild... ... wir bereiten uns... ... ich muss wieder mal kurz raus... ... und wieder rein... ... in den Surfer... ... oder... ... kurz raus und... ... ja... ... ich bleib hier drin... ... aber... ... bei mir ist schon wieder... ... das Sichtfeld hängen geblieben... ... ich glaube das hat irgendwas mit... ... meinen Fraps zu tun... ... Fraps? ... ja... ... ich habe es noch... ... nebenbei reinten laufen... ... also nicht... ... nicht aktiv... ... aber so... ... nebenbei halt... ... das schließe ich jetzt mal... ... uahhh... ... das war ein sehr schönes Geräusch... ... gut... ... Aliens... ... also ich habe jetzt... ... ähm... ... die Zombies wieder abgehängt... ... und bin jetzt schon... ... ich bin jetzt direkt... ... ähm... ... bei den Gleisen... ... im Moment... ... bei den Gleisen? ... ähm... ... ich nähere mich... ... glaube ich auch... ... bei den Gleisen, oder? ... aber auf der anderen Seite, oder? ... okay... ... doch nicht... ... ich bin auf der Hauptstraße... ... ah ok... ... hast du schon... ... ähm... ... Cerno durchquert? ... nein... ... ich bin vor Cerno... ... Cerno... ... Cerno... ... okay... ... ich glaube die Stadt hast... ... Cerno Gauss... ... oder so etwas... ... Cerno Gauss... ... irgendwie so aus... ... für uns ist Elektro... ... Elektro... ... und Cerno... ... Cerno... ... also die Stadt ganz links ist... ... er ist Cerno... ... und die Stadt rechts ist... ... Elektro... ... genau... ... genau... ... jetzt mal ganz gut gesagt... ... es wird so... ... ja... ... und er hat uns jetzt echt... ... ziemlich lebensmündig sein... ... ich bin... ... ich bin... ... wo auch... ... so mit mir... ... boah... ... noch mehr... ... so mit mir... ... ... ah... ... denn wir haben übrigens... ... herausgefunden... ... dass es um einige sicherer ist... ... wenn wir durch... ... äh... ... Siegungen zu laufen... ... als wenn wir... ... durchschleichen... ... irgendwie... ... also... ... als zu... ... nein... ... bist du getroffen... ... nein, nein, nein... ... aber jetzt... ... auch... ... und ich blut... ... der Perfekt... ... das ist nicht wie jedes Mal... ... so wenn man das erste Mal... ... getroffen wird... ... dann fängt man sofort... ... zu bluten an... ... und wie ist nicht wieso... ... oh... ... ok... ... Hilfe... ... also es ist insofern... ... ähm... ... effektiver... ... dass man leucht... ... weil man... ... dann... ... zwar ein paar Zombies... ... hinter sich hat... ... aber die kann man... ... viel leichter... ... abpacken... ... ok... ... das wird echt... ... das sieht bei Novakin anschein... ... gerade nicht so gut aus... ... aber... ... aber... ... ah... ... das ist ein Hatchet... ... eine Hatchet... ... und... ... perfekt... ... ich bin... ... wer wusste das? ... ja... ... nee... ... doch... ... bist du gerade gefressen? ... nein... ... ich habe irgendwie runter müssen... ... und habe mich runtergesprungen... ... und dann... ... hat es nicht aufgelegt... ... oh... ... shit... ... ähm... ... ja... ... du bist aber jetzt nicht tot oder? ... äh... ... äh... ... nicht ganz... ... ok... ... gut... ... also nicht gut... ... aber... ... ein toller Einstieg ins Spiel... ... oh ja... ... ich glaube ich kann... ... äh... ... und brauche ich noch Knochen... ... brauche ich... ... nee... ... doch... ... oh doch... ... na ganz toll... ... und das Perfekte... ... ähm... ... also... ... die Grafik... ... für die Zuschauer... ... muss echt... ... perfekt sein... ... man sieht gerade sehr viel oder? ... mhm... ... oh... ... ja... ... na... ... äh... ... tch... ... aha... ... naja... ... also solltest du jetzt sterben... ... wovon ich mal ausgehe dann... ... nein... ... ich sterbe niemals... ... ok... ... ja... ... aber sollte das jemals irgendwie passieren... ... äh... ... würde ich sagen... ... wir starten dann nicht gleich eine neue Season... ... weil das könnte ja öfters vorkommen... ... also... ... wir werden dann einfach so weiter tun... ... dass wir... ... nichts passiert... ... außer dass du tot bist... ... ok... ... er ist tot... ... niemals passiert... ... schneiden wir alles raus... ... wir sind nie gestorben... ... ihr werdet das nie erfahren... ... ja... ... 7700 Blut... ... oh ok... ... das ist noch vertragbar... ... das ist vertragbar... ... ich mein... ... die Zuschauer... ... zum Beispiel... ... ich laufe gerade direkt durch... ... und rücken... ... ein paar Zombies... ... wir wollen nicht ja was bieten... ... genau... ... also ich bin absichtlich jetzt... ... das gemacht... ... und wenn die ein bisschen Action reinbringen... ... da da... ... nein... ... wir können... ... äh... ... wir können euch natürlich euch zeigen... ... wie wir... ... ungefähr fünf Stunden lang... ... am Boden rumkrabbeln... ... und versuchen irgendwas zu erreichen... ... so wie ich gerade du... ... ja... ... ich renge gerade zur... ... Kirche... ... aber außerhalb der... ... also die Außenkirche... ... es gibt eine Außenkirche... ... es gibt eine Außenkirche... ... es gibt eine Außenkirche... ... ok... ... die im Landesinneren eigentlich... ... eigentlich von Tscherna... ... wo es einfach rauf... ... ok... ... ich werfe mal irgendwo ein Licht hin... ... ist ein Licht... ... ja ich... ... ich hätte fast eine Geranat geworfen... ... also... ... habe ich lieber ein Licht geworfen... ... ah ok... ... ich habe jetzt... ... gerade was zu trinken gefunden... ... falls du das brauchst... ... ich hätte in der Scheune ein Hatchet... ... ein Hatchet gefunden... ... aber... ... da geht's nicht noch mal rein... ... ähm... ... ich kann natürlich nicht aufstehen... ... oder? ... ne... ... wenn du aufstehst... ... dann fängst du glaube ich zu bluten an... ... echt? ... ich bin mir ziemlich sicher... ... wenn ich... ... aber wenn ich doppelt laufe... ... wenn du dir den Hack... ... äh... ... den Fuß gebrochen hast... ... und dann aufstehst... ... dann blute ich... ... ja ich bin mir ziemlich sicher... ... aber also ich kann das jetzt nicht sagen... ... aber es war bei mir letztens so... ... wuhu... ... es kann natürlich aber auch sein... ... dass mich dann wieder gleich... ... ein Zombie getroffen hat... ... weil ich hatte da irgendwie... ... fünf Zombies hinter mir... ... fünf Zombies... ... das ist ein Wahnsinn... ... fünf Zombies... ... war auch Schlimmes Jungs... ... okay das... ... wir hatten schon viel mehr hinter uns... ... weißt du noch... ... die zwölf Zombies im Airfield... ... oh ja... ... nach der Reihe... ... naja auf jeden Fall... ... und wir finden das nicht... ... also... ... nur falls du denkst... ... weil du jetzt... ... hast du das Zombie... ... irgendwie abgelenkt oder so... ... also lebst du... ... das habe ich ignoriert... ... als ich... ... bewusstlos geworden bin... ... dann bin ich eigentlich... ... rausgekrabbelt... ... hab mich verbunden... ... und das Zombie... ... noch mal vorbeigegangen... ... und... ... ja... ... hey... ... ich habe gerade... ... eine Crowbar gefunden... ... Crowbar... geil... ... ja... ... Crossbar... ... man hat's da... ... in eine Crowbar... ... also ein... ... wie nennt man das... ... bei Half-Life 2... ... kommt das auch immer vor... ... ach so... ... jetzt weiß ich was du meinst... ... du mein... ... Brechstange... ... ich glaube alle wissen... ... was ich meine... ... ja genau... ... Brechstange... ... die bringt sich gar nichts... ... ich hab schon mal... ... ich hab' 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 schon mal... ... ein Zombie... ... aufgenommen... ... mit einer Crowbar... ... und verloren... ... ja... ... ja... ... aber aufsuch... ... gut... ... ich bin noch immer... ... auf der Suche nach... ... ähm... ... nee... ... warte mal kurz... ... was hab' ich da... ... also ich würde sagen... ... wie gehen gleich mal zur Apotheke... ... ich hab' meinen... ... es wird schon wiedergefunden... ... du weißt schon den... ... den Tanzjüt... ... ja... ... ... mit dem Erster... ... er hat doch... ... doch... ... okay... ... ihr werdet mich also... ... ab sofort nur noch... ... in diesem... ... Tanzjüt... ... hier sehen... ... also ich freue mich gerade... ... ob's nicht besser gewesen wäre... ... wir hätten mit... ... so geschaut... ... also bei mir... ... bekommst die Falle Action... ... also ein gebrochenes Bein... ... und ich renne... ... na rennen kann man sich sagen... ... ich krabbele jetzt... ... durch Tschörner... ... ja ich bin jetzt gerade beim... ... Krankenhaus... ... kostet du mir... ... ein Morphin... ... und eine... ... Bluttransfusion mit... ... bringen zu... ... vermerkt ist... ... ich versuch's gerade... ... ich versuch's gerade... ... das Glas kaputt zu hauen... ... aber das funktioniert nicht... ... ach, haut lang genug drauf... ... dann geht's schon... ... und pass auf... ... sind überall an... ... mitspieler... ... mitspieler... ... die sind nämlich voll netzungs... ... Kompanieros... ... ich lad mal kurz meine... ... Sprechstange nach... ... also ich... ... ich höre zwar die... ... das Geräusch einer... ... eingebrochenen Glasscheibe... ... aber es bricht nicht... ... jetzt ist es gebrochen... ... gut... ... und es ist genau... ... gar nichts drin oder was... ... oh... ... fünf Bloodbags... ... fünf Epi-Pens... ... nehmen... ... ja... ... ich... ... ich habe jetzt herausgefunden... ... in den... ... in den... ... wie nennt man's denn... ... in den... ... äh... ... äh... ... äh... ... Kisten... ... in den... ... die da rumliegen... ... da sind die ganzen Sachen drin... ... ah... ... das wusste ich gar nicht... ... hast du das gewusst? ... nein... ... ok... ... das ist gut... ... jetzt wissen wir es... ... kann ich auch... ... kann ich eine Sticke raufkrabbeln... ... oder kann ich mich... ... irgendwie... ... also du kannst auch gleichzeitig hochkrabbeln... ... das weiß ich... ... äh... ... ähm... ... ich komme nicht auf die Sticke rauf... ... ich will aber rauf... ... ich suche jetzt jedenfalls noch solche... ... Morphin... ... Dinger damit ich dir... ... irgendwie... ... also ich kann mich hinhockeln... ... wenn ich jetzt mich vorbewege dann... ... geht es gar nicht... ... ah ja... ... da oben wäre auch was gelegen... ... haha... ... ah das ist fies... ... gut... ... ähm... ... ich nehme jetzt so viel... ... äh... ... medizinisches Zeugs mit wie ich kann... ... aber ich nehme nicht so viel EpiPens mit... ... ich weiß nicht mal genau... ... für was sie jetzt genau gut sind eigentlich... ... wir haben ja gesagt... ... ähm... ... Wiederbelebung... ... ja das... ... ich kann jetzt... ... ja das... ... die können wir rausfinden... ... also liebe... ... Zuschauer... ... bitte helft uns... ... was EpiPens... ... und kann man wirklich... ... EpiPens... ... Leute werden... ... bewusstlos sind... ... also todbewusstlos sind... ... wiederbeleben... ... das würde mich echt interessieren... ... ja... ... wo treffen wir uns jetzt? ... ähm... ... ich würde sagen... ... wo bist denn du gerade ungefähr... ... weißt du das? ... ja... ... also bei der... ... das war eine ganz kleine Kirche... ... außer... ... äh... ... im Norden von Tschernohaus... ... im Norden von Tschernohaus... ... okay... ... ich bin auch gerade im Norden von Tschernohaus... ... ähm... ... soll dich eher leise sein oder? ... ja... ... ich glaube... ... wenn du jetzt mit... ... fünf Zombies aufkreuz... ... könnte das böse enden... ... okay... ... gut... ... ich werde jetzt äh... ... ein bisschen geduckt da hier... ... gebaucht... ... schleiche... ... nee... ... ich such jetzt mal die Kirche... ... aber inwiefern... ... wie sieht denn die aus? ... ich habe... ... im Norden von Tschernohaus noch nie eine Kirche gesehen... ... du meinst schon von der Küste entfernt, oder? ... von der Küste entfernt, genau... ... okay... ... also ich schätze schon, dass es eine Kirche ist, oder? ... äh... ... keine Ahnung... ... ich hätte meinen Autotok... ... ah... ... ich schaue gerade so angestrengt... ... auf die Kirche... ... und wollte gerade die Religionsbekenntnisse herausforschen... ... und dann... ... kommt so ein Zombie... ... hoppla... ... ein weiteres Mal... ... ich finde jedenfalls keine Kirche... ... ich sehe hier nur lauter Industriegebäude... ... und ich bin hundertprozentig in Ciano, das weiß ich... ... ich bin jetzt nicht in Elektro, oder? ... äh... ... hast du keine Schiller gelesen, oder so? ... nein... ... warte mal... ... ich schaue mal auf meiner Karte... ... ob in Ciano... ... äh... ... nein... ... ah... ... da ist die Kirche in Ciano, okay... ... ich sehe sie schon... ... also ich sehe sie auf... ... also die äußere Kirche... ... ja ich sehe die äußere Kirche in Ciano, jedenfalls... ... also sehen... ... ja... ... auf der Karte... ... ja... ... okay... ... dann holen bitte ab... ... hast du schon mal Fien dabei? ... und so weiter... ... ja ich hab mal Fien und fünf Bloodbags... ... und drei EP... ... zwei EP-Pens... ... also ich bin voll ausgestattet... ... also das seht ihr mal wieder... ... nur ich bin schlecht... ... nur ich bin schlecht... ... unsere Taktiken... ... hinter mir ist gerade ein Zombie... ... aber ich möchte jetzt... ... mit der Crowbar jetzt nicht unbedingt... ... kämpfen... ... ja... ... mich mit dem Zombie anlegen... ... also ich gehe gerade so... ... krabbel so in Hinterhöhe... ... darum... ... aus der Suche nach Glück... ... und Glück gefunden... ... ich... ... hier gibt's jetzt ein Haus... ... wo ich rein kann... ... okay gut... ... ah... ... nein... ... ich begebe mich... ... ist das Haus zufällig rot... ... nein... ... es ist schade... ... und ich kann nicht drehen... ... wenn ich gerade... ... ah doch... ... es geht... ... es funktioniert... ... haha... ... es funktioniert... ... gut... ... ähm... ... ich bin hier gerade bei einem roten Haus... ... da werde ich jetzt mal kurz reinschauen... ... okay... ... hey Makarov... ... das eine Makarov gefunden... ... Makarov gefunden... ... ja... ... das ist gut... ... ich meine ich krabbel jetzt... ... aber ich kann schießen... ... ja du kannst wenigstens schießen... ... also im Schleichen... ... kann eh am besten zielen... ... ja das stimmt... ... ich werde jetzt noch kurz... ... in das rote Haus schauen... ... dann bin ich schon fast... ... ich bin da nie über dir... ... ähm... ... ich bin da mal Painkiller nehmen... ... ja das wäre mal gut... ... und könntest du wieder zielen... ... wenigstens... ... okay in dem rote Haus ist gar nicht... ... gut ich mach mich mir... ... mach mich jetzt auf dem Weg zu dir... ... ich müsste bald da sein... ... okay... ... vielleicht finden wir ja auf dem Weg dahin... ... einen Motorrad oder so... ... ja sicher... ... man kann übrigens... ... mit einem gebrochenen Bein mit dem Rad fahren... ... also man kann mit dem Rad fahren... ... und man kann mit einem gebrochenen Bein Rad fahren... ... in... ... der Set... ... Special Skills... ... yeah... ... gut du bist aber eh... ... eh noch ziemlich weit draußen eigentlich von Schärner... ... wenn du jetzt bei der Kirche bist... ... ja genau... ... also so wirklich reintrauen mit deinem gebrochenen Bein... ... du höre ich mich eh nicht... ... ja das wäre auch ziemlich unglücklich... ... du hast jetzt einen Makarov oder? ... ich werde jetzt nämlich vielleicht ein paar Zombies mit ein... ... reinschleppen... ... okay... ... dann versuche ich mal eine strategische Position zu erreichen... ... okay... ... in was für einem Haus bist du eigentlich? ... also ich bin jetzt wieder rausgegangen oder? ... also du solltest wieder reingehen dann kannst du... ... es wäre schon mal gut wenn ich wüsste in welchem Haus oder wo genau du jetzt bist... ... ähm... ... ähm... ... lass mich kurz nachschauen... ... okay... ... ahja wir sollten dann kurz mal eine Pause machen... ... weil wir haben irgendwie bestimmt... ... ah... ... du hast mich mal an mir vorbeigerahnt... ... okay... ... ähm... ... äh... ... aua... ... okay... ... hinter mir ist gerade das ganze Dorf hier... ... ja ich seh's... ... ähm... ... ich bin gerade in irgendeinem Haus... ... ich weiß nicht wie's beschreiben soll... ... ich glaub... ... vorher bist du aber in einem roten Haus vorbeigerahnt oder? ... ja... ... ich komm nicht richtig rein... ... warte warte noch ein bisschen bis ich reinkomme... ... ich muss mich irgendwie reinzwängen... ... also reinklitschen... ... oh... ... ähm... ... dann... ... dann geh ich aber lieber nicht zu dir weil äh... ... ah ich bin schon drinnen... ... und... ... als du vorher so einem kleinen roten Haus vorbeigekommen bist... ... äh... ... war daneben so ein braunes Haus... ... links aber... ... von dir aus gesehen... ... okay... ... ähm... ... ich glaub ich seh's gerade... ... warte mal kurz... ... also wenn jetzt so ein... ... Survival-Typ reinkommt... ... ah ja ich seh's schon... ... okay... ... ich bin der Typ der mit nem... ... grünen Anzug jetzt hier... ... das ist schon ein Holzhaus oder? ... ja... ... okay... ... das bin ich... ... das bin ich nicht auf mich schließen... ... danke... ... danke... ... danke... ... gut... ... aber jetzt komm jetzt haben wir jetzt... ... ja ich... ... falls da eins in mir kommt... ... ich... ... ich hau einfach drauf... ... nein... ... oh... ... ah... ... es hat mich erwischt... ... ah... ... da kommen so viele... ... ah... ... ach du Scheiße... ... die Crop heißt wirklich für den Arsch... ... ja... ... da ist sie... ... aber mein... ... Blut... ... dann ist du tot... ... nein... ... alle sind tot... ... okay gut... ... okay... ... ist der Tag nicht pur... ... von dem Baureich ein... ... das hat ja gut funktioniert schon mal... ... okay... ... ähm... ... soll ich dir... ... wir können uns jetzt bleib... ... ähm... ... ich geb dir jetzt mal ne Bluttransfusion oder? ... bitte... ... oder soll... ... nein... ... ah... ... noch zu mir... ... noch viel mehr zu mir ist... ... nein... ... ich hab kein Magazin mehr oder? ... ... ich hab kein... ... nein... ... ich hab keinen Schuss mehr... ... nein... ... wir werden wir sterben... ... wir müssen rennen... ... wir können nicht rennen... ... für das ja alles... ... nee... ... nee... ... die Crop weiß ja wirklich für den Arsch... ... ja es ist sie... ... aua... ... aber ich hab eh mich an... ... glaube ich kann es sein... ... ja ich glaube auch... ... aber er ist tot... ... okay er ist tot... ... gibst du noch? ... gib mir eine Absession Alter... ... ich geb dir jetzt mal... ... n... ... n... ... n morphine Pack... ... ah genau... ... mit dir die... ... gut... ... ich hab ja Gott sei Dank alles... ... oh ja... ... und jetzt geb ich dir ein Bloodpack... ... danke... ... wie viel Blut hast du jetzt eigentlich noch? ... ja... ... 6785,99... ... oh... ... ich hab jetzt gerade noch... ... 9400 nach diesem Kampf... ... gut... ... Farbe... ... nein... ... die Musik ist auch ziemlich laut gerade... ... ja du kannst... ... sonst... ... Drehs einfach ein bisschen laut... ... leiser... ... drehs noch lauter... ... noch lauter... ... voller Pulle... ... gut ähm... ... die haben irgendwie... ... alle nichts dabei gehabt also... ... können wir es auch vergessen... ... wirklich... ... nee... ... nichts dabei... ... okay ich würde mal sagen wir... ... bewaffnet mit einer Crowbar... ... und... ... Null Schuss mit der Waffe drauf... ... obwohl warte mal... ... ich hab glaube ich noch in meinem... ... Backpack... ... warte mal kurz... ... ich schaue mal den Rucksack... ... wie sagst du Moni hast... ... was habe ich da... ... du kannst aus dem Rucksack mal... ... ein paar Bloodbags nehmen... ... übrigens ich hab ACP... ... Moni... ... ja ich hab jetzt auch ACP Moni... ... sau viel sogar... ... nimm mal aus meinem Rucksack... ... die Bloodbags... ... ich hab nämlich sechs... ... Bloodbags mitgenommen... ... ah ja... ... drei... ... sieh ich gerade... ... ja und ich hab drei... ... in meinem eigenen... ... Inventar... ... das ist in meinem Rucksack... ... soll ich den EPF auch mitnehmen... ... einen EPF... ... für jeden von uns beiden... ... ja genau... ... und einen Autothek... ... von jeden von uns beiden... ... damit wir uns gegenseitig... ... Auto injektieren können... ... ja... ... gut... ... jetzt gebe ich noch... ... äh kurz in den Rucksack... ... das... ... das... ... Wahnsinn... ... ich helfe dir jetzt ein bisschen... ... um das Spiel zu... ... spannend zu machen... ... und gibt jetzt das... ... Makroff-Magazin noch in den Rucksack... ... danke... ... so jetzt haben wir wenigstens... ... ein Magazin... ... okay... ... wir waffen mit einer... ... Makroff- und einer... ... Crossbow... ... Crowbar... ... okay... ... Crossbow... ... Crowbar ist was anderes... ... genau... ... ja... ... okay ich würde sagen... ... wir gehen mit unserer... ... sehr aggressiven Taktik... ... dann doch... ... nochmal weiter in die Stadt... ... oder? ... hab ich ein Magazin bekommen? ... hä? ... hab ich ein... ... ne warte mal kurz... ... wenn wir... ... da ist doch theoretisch so eine... ... wolltest du mich nicht gerade... ... ein Makroff-Magazin geben? ... ach so du hast noch gar nicht... ... in meinen Rucksack geschaut... ... also in deinen Rucksack... ... ich dachte... ... ja natürlich... ... nee... ... legst du dich rein... ... kannst du dich selber machen... ... ja... ... oh ja... ... perfekt... ... ja... ... okay gut... ... dann schauen wir mal raus... ... ich glaube wir haben... ... wieder mal das halbe Dorf... ... geschlachtet... ... mit einer Cro-Pro-Bar... ... aber es hat funktioniert... ... ja es hat funktioniert... ... das ist schon mal gut... ... ich nehme jetzt noch die Bandage mit hier... ... gut... ... ähm... ... bis jetzt noch... ... hast du noch eine Manage? ... ja ja... ... also du hast zwei Managen... ... ja ja... ... soll ich den Rucksack... ... ich gebe dir jetzt noch einen Rucksack... ... gleich mal stehen... ... ja bitte... ... Open Petro-Pack... ... gut... ... so jetzt hast du auch noch eine... ... im Rucksack... ... yay... ... danke... ... gut ähm... ... ich würde sagen... ... wir gehen gleich mal weiter... ... nach hinten... ... weil da ist nämlich so gut... ... ich mich noch erinnern kann... ... Pri... ... da irgend so einen Kaff... ... jedenfalls... ... und da könnten wir noch... ... kurz ein bisschen vorher looten... ... bevor wir... ... gleich nach Tiano reingehen... ... Achtung... ... Zombies... ... ja... ... es ist jetzt ein bisschen ungewohnt... ... die für mich... ... dass wir... ... vor Zorn bisschen... ... noch so viel Angst haben müssen... ... ja... ... vor allem... ... du hast gar keine... ... Nackern... ... oder? ... nein... ... Nackern... ... ah... da vorne meine... ... Hatchet... ... in der Scheine... ... naja... ... komm einfach mit mir mit... ... weil wo bist du jetzt... ... hingelaufen... ... ich bin jetzt... ... hingelaufen... ... ich bin halt... ... vorsichtig... ... ah ok... ... ich weiß nicht... ... bleibst du jetzt... ... immer auf der... ... First... ... fahrt... ... fahrt... ... fahrt... ... fahrt... ... ok... ... ja ich... ... bleibst du jetzt... ... und zuschauen... ... ja... ... du... ... mit einem Paar... ... zud... ... übrigens... ... bring mir dagegen zum... ... ist genau gar nichts... ... nur so... ... am Rande erwähnen... ... aber... ... ja... ... laufen wir gleich mal... ... lau... ... ok... ... ja... ... also wenn wir... ... ein bisschen besser bewaffnet sind... ... dann ist... ... äh... ... es ist es wirklich besser... ... äh... ... zu laufen... ... jetzt haben wir natürlich... ... nur die... ... Roba... ... ok... ... in der Scheine... ... da vorne habe ich mir... ... das Wein gebrochen... ... und... ... warst du oben... ... und hast alles gelutet... ... wie denn? ... ok... ... ich bin... ... aus Panik... ... weil mir die Zombies... ... den Wege abgeschnitten haben... ... runtergesprungen... ... hehehe... ... ok... ... also nicht gut... ... aber... ... sind noch welche drinnen? ... da ist... ... ja... ... da ist noch ein Zombies drin... ... aber da ist auch eine Hatchet da oben... ... ich nehme mal die Hatchet... ... Achtung... ... Achtung... ... der Zombie... ... was macht das schon wieder hier? ... hier... ... es ist tot... ... es ist tot und... ... wir sind... ... im... ... oh oh oh... ... au... ... shit... ... ich habe wieder einen Schock... ... ich bin gerade runtergesprungen... ... aber da drüben ist eine... ... Lee Enfield... ... bitte helfen... ... ne... ... ok... ... jetzt kommen... ... kann man meine Aims... ... oh... ... shit... ... ich habe einen Schock... ... aha... ... und durch meine Kienste... ... ähm... ... habe ich noch zwei Schüsse übrig... ... also ich bin eigentlich... ... eher der Typ... ... der normalerweise schießt... ... ähm... ... soll ich... ... soll ich einfach die... ... ok... ... nein... ... die zwei Schüsse... ... ja... ... ich habe nur gerade... ... gerade... ... so viel Blut verloren wieder... ... mit mir... ... Bloodbags... ... ok... ... ja... ... zu mir kommt noch ein... ... Zombie... ... ich kann abknallen... ... hoffe ich... ... ok... ... kannst du auch abknallen... ... ich habe ja die Lee Enfield... ... aber ich weiß nicht... ... wie viel Munition ich... ... für die habe... ... die gehen wieder raus... ... oder wie... ... ich glaube die interessiert... ... die haben... ... shit... ... ich habe gerade... ... ja... ... ähm... ... ich renne weg... ... drei Makarov-Magazine... ... auf meiner Seite... ... falls du... ... ok... ... nimm die und ich renne weg... ... raus... ... damit mich die Zahme nicht abschneiden... ... na... ... die brauchst ja du... ... die Makarov-Magazine... ... ich weiß die... ... du längst sie einfach... ... du längst sie nach... ... du längst sie nach... ... lalala... ... gut... ... sie sind alle weg... ... jetzt könntest du raufkommen... ... äh... ... rate mir wo die Zahme jetzt hin sind... ... nicht... ... ah... ... sie rennen alle die nach... ... richtig... ... ok... ... ja... ... jetzt sind ein paar... ... irgendwie... ... ah... ... ich kann's auch weglocken... ... ähm... ... du... ... irgendwie könntest du doch einfach... ... äh... ... hier bleiben und wir erledigen... ... die ganzen Zombies... ... ich hab glaube ich genug mal... ... ok... ... ich hab noch sieben Schuss... ... na... ... also ist mir wirklich ziemlich viel... ... äh... ... ist das mehr als... ... 21 Zombies... ... ich hab jetzt nicht nachgezählt... ... ich weiß nicht... ... ja... ... komm einfach zu mir... ... und... äh... ... gib mir die... ... Makarov und ich erledige das... ... äh... ... ich glaube nicht dass... ... ich da aufkomme... ... bist du bitte... ... oh... warte mal kurz... ... ich bin auf der... ... ah genau... ... ok... ... ich bin da oben... ... oh... ... da sind gerade 5 Zombies... ... wo bist du... ... da da... ... ja genau da oben... ... leg die Lee Enfield einfach... äh... ... deine Waffe einfach irgendwo hin... ... und ich nehm sie dann... ... pass auf dass du sie nicht verlierst... ... ich halte die Zombies hier... ... auf... im Moment... ... äh... ... soll ich mich nerven... ... ah... ... was ist da los... ... du bist gerade runtergefallen... ... es hat... ... es gibt's nicht... ... wie ist es gerade gegangen... ... weiß ich nicht... ... du blutest auf jeden Fall... ... geh wieder rauf... ... äh... ... wie denn... ... keine Ahnung... ... was war denn das gerade... ... ich bin runtergerutscht... ... lebst du noch... ... irgendwie schon... ... ja... ... ich habe keine Munition... ... mehr also... ... lauf weiter bitte... ... wie weiterlaufen... ... bitte... ... äh... ... ich bin irgendwie... ... hat es dann gerade... ... ein Spielfeier gegeben... ... einen sehr lustigen Spielfeier... ... lebst du noch... ... ja ich lebe noch... ... aber... ... ja aber... ... wieso kommst du da nicht... ... weil ich bewusstlos bin... ... oh shit... ... ich habe keine Munition... ... mehr... ... toll... ... irgendwie startet das letzte Spiel... ... ja der Wahnsinn... ... ähm... ... ich kann mich nicht bewegen... ... ich kann nicht gehen... ... gar nicht mehr... ... äh... ... na... ... Spielfehler... ... Spielfehler... ... oh ja... ... Epic Spielfehler... ... der Wahnsinn... ... sowas brauchen wir... ... gut ähm... ... soll ich dich jetzt... ... irgendwie retten oder so... ... gar nicht... ... ja... ... ja ich kann... ... ich kann nicht zu dir... ... und ich habe nur noch die... ... die... ... aber okay... ... ich habe auch... ... die Glan... ... Spielfehler... ... ich kann nicht mehr... ... bewegen... ... ich kann mal... ... rollen oder so... ... ja ich bin auch... ... echt tot... ... irgendwie... ... das war ja wieder mal... ... ne tolle Action von uns... ... ja... ... so endet... ... so enden... ... unsere ersten Versuche... ... vom Let's Play... ... bist du schon tot jetzt? ... ich warte einfach... ... bis du tot bist... ... und dann... ... dann... ... loote ich dich... ... ja... ... also... ... also... ... Nora Kino was killed... ... okay du bist jetzt tot... ... ähm... ... sollen wir aufhören? ... ne... ... wir machen jetzt einfach weiter... ... ah so... ... die Aufnahme können wir mal stoppen... ... ja wir haben nämlich schon irgendwie... ... eine halbe Stunde überzogen... ... ja... okay... ... okay Leute... ... das war unsere extrem lange... ... erste Folge... ... ja... ... das erste Mal war ich nicht schuld... ... okay... ... merke ich das... ... ähm... ... dann bis zum nächsten Mal... ... tschau Leute... ... tschau... ... tschau... ... tschau... ... tschau...